Die Welt ist gar nicht so schwarz, wie man sie sieht. Die meisten von uns haben zu viel Angst, sich ihren Sorgen zu stellen. Man kann nicht immer vor allem weglaufen. Irgendwann wird es einen einholen, egal wie schnell, wie weit, wie lange wir weglaufen. Die Angst, gegenwärtig, wartend. Gegen sich, mich, euch selbst gerichtet. Immer das Ziel verloren, Mensch zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Gib nicht auf, stell dich deiner Angst. Put a smile on your face. Gib nicht auf, stell dich deiner Angst.